Wer wird heute sehr viel Glück haben? Die Widder. Und gibt euch heute alle um Widder. Wer wird heute nicht so viel Glück haben? Wer kann einfach zu Hause bleiben? Die Steinböcke. Ja, vielleicht sollten wir morgen was mit Steinböcken machen. Bei wem bedankt sich heute der Spiegel, dass er ihn überhaupt sehen darf? Bei den Fischen. You deserve it. Bei wem bekommt heute der Spiegel einen kleinen Riss? Uh. Tut mir leid, Schof, das geht euch nicht zu nah. Wer sollte heute zu 1000% seinen Crush ansprechen? Die Wassermänner. Okay, ich geh mal los. Wer sollte mal genau bei einer toxischen Beziehung und einer toxischen Freundschaft nachdenken? Denkt mal nach. Und zwei Sternzeichen kommen heute super miteinander aus. Stier. Und. Löwe. Ich wünsche euch viel Spaß. Und der Rest ist wie immer Milch holen. Holt mir eine ohne Laktose.